Wenn du eine junge und neue Führungskraft bist und dich weiterentwickeln möchtest, dann bist du hier genau richtig. Schau dir diesen Clip an und schreib uns einen Kommentar. Wenn du im Team ja hoffentlich relativ heterogen bist, weil du dein Team besetzt mit Sachen, in denen du nicht so stark bist und dann dir Leute ins Team holst, die diese Flanken bei dir sozusagen gut absichern können und dort neue Impulse bringen, dann kann es halt gut sein, dass dieses Team sehr unterschiedlich ist. Und dann kann es sehr sein, dass du vielleicht in deiner Moderation einfach manche besser berücksichtigst als andere. Und dann einfach einmal schauen, schaffst du es, die Meinung von wem einzuholen, der vielleicht eher ein bisschen stiller ist oder vielleicht ein bisschen braucht. Kannst du das abholen? Kannst du irgendwie darauf Rücksicht nehmen, dass manche dir vielleicht einfach auch daher poltern und drüber fahren? Kannst du die halbwegs im Zaum halten, sodass die anderen auch zu dem kommen, was sie sagen wollen? Und damit, glaube ich, kannst du diese Diversität im weitesten Sinne, die dein Team ja hoffentlich ausmacht, gut berücksichtigen, sodass jeder einfach zu dem kommt, was er braucht, um seine Meinung zu äußern, seine Punkte irgendwie einzufordern, durchzubringen, aber auch überhaupt einmal vielleicht in manchen Fällen zu Wort zu kommen.